Thomas, vielleicht kannst du kurz was sagen, wenn ihr den Torwart wechselt, was betrifft euch Defensivspieler? Ist das ein anderes Spiel? Ja klar, die Qualität vom Zwinter müssen wir nicht drüber reden. Es ist ja nicht nur, dass er nicht nur auf der Linie ist und auch auf Flanken, sondern dass er auch viel spricht. Da wird schon viel Brisanz, wenn man davon sprechen kann, mit dem Freund dann weggenommen. Ich bin jetzt mit ihm gegen das zweite Jahr schon reingespielt, irgendwo sowieso schon vier Jahre. Das ist natürlich für uns nicht so leicht, aber Sven hat auch einige Spiele da vor gar nichts zu tun hatte. Dann habt ihr ja schon Kaffee für Maus und vielleicht rufen wir jetzt Kaffee für Oberst, keine Ahnung. Jetzt ist er fest. Da gehört, der Vogel setzt sich mit dem Ur00 auf rechts, sondern der Ur00 oder der Ur00 auf rechts, der Gegenruhr auf rechts, der den Russen, der fast leitungsvariative sind, das und dann hat sich das Fakist-Bug. Und das ist ja nicht so geall Art und jetzt, was ich noch nicht angefangen habe, von der Union nach oben rufen, wo das jetzt gehen könnte. Ich denke, die Union nach oben zu nehmen, weil jeder so ein Sintermier und Das war nicht so pessimistisch auf der rechten Seite. Ich hatte jetzt mal einen Zweikampfverbot im Sparfahrt, aber es war eine Kette von Fähren, die sich angeschlossen hat, die haben sich nicht abgesichert. Und das darf nicht, dass ihr dann, der ECO schlägt gute Flammen, also kann man nicht sagen, das ist ein bisschen unser Traktor auf der rechten Seite. Und wie gesagt, wir hören natürlich jetzt auch das wieder.